Moin, zusammen! Ich hoffe, es geht gut. Da sind gut wackelig schon und freuen euch auf das, was jetzt hier passiert. Auf der Bühne ein Choral, eigentlich kein Choral, sondern Kanar aus verschiedenen Schulen vom Land Letzenburg, die sich in den letzten Wochen präpariert haben für die sechs Kompositionen, die extra geschrieben sind, für den Geburtstag. Die Kinder sind auf die Weltkomm, wie die Philharmonie auf die Weltkomm ist. Die Idee mit den Senior fand ich ganz, ganz sympathisch. Sechs Komponisten haben geschrieben, zwei davon sind Musiker vom OPL, drei Letzenburger und ich als Deutscher durften für diesen Anlass komponieren. Es geht um Freundschaft, l'amitié, sans l'amitié, notre vie, c'est vide. Es ist nichts ohne Freundschaft. Wir müssen zusammenhallen, wir brauchen Freunde, die wir uns verlassen können. Das ist so ein bisschen der Message in jedem von diesen Chansons. Und die erste, ein Gedicht auf Deutsch, ist ganz ungewöhnlich. Ein Amitié zwischen einem Storch und einem ganz kleinen Spatz. Was diese Summe machen und wie das bei denen klappt, das hören wir. Der Komponist, ich weiß nicht, ob er da ist, der Komponist, der Kerry, der Robiniser, Kerry Turner, der Komponist. Applaus Es war der Schockstein der Komponist, der Komponist, der Komponist, der Komponist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er hälscht das Land, der Turm, der Turm, der Jugendtut. Wenn das Rissi-Bujon ist, steht die Frössch und Flick auf Flick. Der Turm vom Rutsch, vom Osnab, vom Jut, der Päsch, wo die Rägel noch fällt. Der Turm vom Himmel, vom Budist, der Päsch, wo die Rägel noch fällt. Er hälscht das Rissi-Bujon, 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 Rissi-Bujon. Er hälscht das Rissi-Bujon. Applaus Er hälscht das Rissi-Bujon, Rissi-Bujon. Rissi-Bujon, 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 Rissi-Bujon. Rissi-Bujon, 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 Rissi-Bujon. Und jetzt kommt mit Musik, mit Kada und mit euch, eins, on. Formidable, im Sangen sind da besser wie im Schwätzen. Cool. Drittes Motiv. Tiri, li, 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 la, rum. 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 Hier kommt Musik. Mit Kada, Sange, Tiri, li, 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 la, rum. Super. Und jetzt kommt der letzte Job. Tiri, li, 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 lo, rum. Das liegt, ne? Hier kommt noch immer ein Musikwanchgelift. Merci, das ist die letzte Kada. Mit Kada und Tiri, li, 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 lo, rum. Ça va. Und immer wenn ihr die Chiffres sind, eins, zwei, drei, vier, dann probieren wir damit zu sagen. Bonne chance. Untertitelung. BR 2018 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 Bravo, bravo! Vormal! Ihr könnt öfters herkommen, dann ist cool. Ça va. Max Fischbach hat diese Chanson komponiert. Schönes Arrangement. Ach, im Orchester. Jetzt kommt ein bisschen besonderes auf Französisch. Der Komponist ist ein Musiker vom Orchester, das ist ja Olivier Dartewelle. Ein Klarinettist. Und er hat auch hier, der Komponist ist ein Musiker. Und er hat hier, in 2014, mit einer Klasse d'enfant, der Ecole Primäre Française, mit seinem Prof, Thierry Lallemand. Und er hat hier, inzwischen, ein sehr schönes Stück gemacht. Viel Spaß! Und er hat hier, inzwischen, eine Klasse d'enfant, der 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 Klasse d'enfant. Und er hat hier, inzwischen, eine Klasse d'enfant. Und er hat hier, inzwischen, eine Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant. Und er hat hier, inzwischen, eine Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant. Und er hat hier, inzwischen, eine Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant, der Klasse d'enfant. Und er hat hier, inzwischen, eine 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 Klasse d'enfant. Mon amit! Bevor jetzt nächste Chanson kommt Zugfügel, heute ist eine ganz kleine Überraschung für mich selber. Im Saal sind heute ein paar Kinder von meiner klänzten Chorklasse, vom CM Nord, vom Conservatoire de Musique du Nord in Edelbrecht. Das sind die Kanado von Chor Junior. Wenn die Kanado sind, wanschgelift, ganz da oben lauscht, ganz schnell dort hinlaufen. Dort steht die Bianca, ganz schnell dort hinlaufen. Aber ganz hier, so schnell wie der könnte. Zugvögel. In der Zeit, ist für mich ein ganz großer Beweis für Amity. Und wenn die Kanado von der Kursschule da oben sind, dann spielen wir das Lied. Tja, Moin! Da sind sie euch! Salut! Applaus Komm, ohne die! Psst! Applaus Psst! 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 Egal ob du schwarz oder weiß bist, egal ob du groß oder klein bist, egal ob von fern, egal ob von lang, diese Erde ist ja gut, alle da. Egal ob du arm oder reich bist, doch wenn du uns jetzt noch nicht kennst, komm dran geht, begleite uns, entdecke deine Welt. Egal ob du arm oder reich bist, doch wenn du uns jetzt noch nicht kennst, komm dran geht, begleite uns, entdecke deine Welt. Egal ob du schwarz oder weiß bist, doch wenn du uns jetzt noch nicht kennst, komm dran geht, begleite uns, entdecke deine Welt. Musik Es zieht uns der Wind in die Ferne, wir gehen auf die Reise so gerne. Musik 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 Merci, Herr Kanner. Merci, merci. Meine Götzklänge von Edelbrück. So, zum Schluss. Für den Schluss brauchen wir jetzt noch ein Kehr. Euer Stimm, euer Courage. Für euren richtigen Hit, geschrieben für diesem Anniversär von diesem wunderbaren Haus. Vom Jean-Paul Magirus, der haut leider nicht da aus. Es geht um die vier Zeilen im Refrain, wo ich euch brauche für. Fremdschaft, as, ein wichtiges Sach. Fremdschaft brauche mir all dach. Fremdschaft kann es sich nicht kaufen. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Und wir lauschen dann jetzt, wie die Kanner der Ziegel, unterstützend von Oudbois. Sorry. Merci. Danke. Voll, fahr dir es. Okay. Eins, zwei, drei. Fremdschaft, as, ein wichtiges Sach. Fremdschaft brauche mir all dach. Fremdschaft kann es sich nicht haben. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Okay. Dann probieren wir immer. Also, zoomen. Eins, zwei, drei. Fremdschaft, as, ein wichtiges Sach. Fremdschaft brauche mir all dach. Fremdschaft kann es sich nicht kaufen. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Savatsch. Grieb an der Team. Mit Courage. Okay. Letzte Chanson. Merci. Die ganzen Kanan, die da oben seit Wochen dat geübt hat. Merci, OPL. Und merci, ihr. Und ein schöner Tag in der Philharmonie. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Musik. Fremdحد. Fremdschaft, as, eineter Nachb fürsvat. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Auf einmal dach. Fremdschaft, as, in ihr Allzeit. Fremdschaft, as, ein Geschenk. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020